Eine Reise von sechs AfD-Politikern nach Syrien ist bei den anderen Parteien auf Kritik gestoßen. Die Bundestags- und Landtagsabgeordneten wollen sich nach eigenen Angaben über Möglichkeiten für eine Rückkehr syrischer Flüchtlinge informieren. Sie trafen sich in Damaskus unter anderem mit dem regierungsnahen Großmufti, der 2011 für den Fall einer westlichen Militärintervention gedroht hatte, Selbstmordattentäter nach Europa zu schicken. Regierungssprecher Seibert sagte zu der Reise, wer das menschenverachtende Regime in Syrien hofiere, disqualifiziere sich selbst.